Herzlich Willkommen auf diesem neuen Video meine lieben Freunde. Ich bin irgendwie wieder krank geworden, deswegen wundert euch nicht warum ich ein bisschen ungepflegt aussehe und sich meine Stimme ein bisschen anders anhört Freunde. Also du stellst mir jetzt ein paar Fragen. Du antwortest? Über dich und dann muss ich dir richtig beantworten? So Sachen, wo Sachen eigentlich wissen müsstest. Okay alles klar, dann starten wir mit dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß und Peace out. Wenn du mindestens drei Stück falsch hast, musst du einen Teelöffel Tabasco essen. Wohin möchte ich unbedingt mal verreisen? Was wäre das? Nach Dubai? Ja. Echt? Wie jetzt? Ja oder nein? Oder Amerika? Also beide werden richtig. Okay, nächste Frage. Welche ist meine Lieblings-Eissorte? Deine Lieblings-Eissorte ist... Weil eigentlich isst du nicht so gerne Eis. Aber es gibt schon Sorten, die Vorzüge. Walnuss. Nee, nee, nee. Zeilen magst du nicht? Ja, eigentlich schon doch. Aber es ist nicht meine Lieblings. Okay, ich habe die Frage falsch, aber ich will es trotzdem noch erraten. Okay. Äh, Erdbeere. Richtig. Echt? Ja. Was magst du mal? Keine Erdbeere? Nein. Oh, no. Also drei Fragen und ich darf nur drei... Drei darfst du nur falsch machen. Drei darfst du nur falsch machen. Drei darfst du nur falsch machen. Also habe ich eigentlich schon falsch. Also muss ich jetzt schon Tabasco essen. Nein, er ist nur drei falsch. Okay. Nächste Frage. Wie hieß mein erstes Haustier? Das habe ich dir schon mal erzählt. Ist wahr. Oder was für ein Tier war das? Eine Katze. Nein, mein erstes. Kaninchen? Ja. Echt? Ja. Bin ich ein Morgen- oder ein Abendmensch? Äh, was heißt das Morgenmensch? Ein Muffel. Ja, also bin ich morgens wieder abends. Morgens. Okay. Was denn? Ist das richtig oder nicht? Ja. Ja, okay. Cool. Äh, fahr ich mich über Blumensträuße? Nein. Doch. What? Wie jetzt? Ja. Du fahrst ja Blumensträuße. Ja, sag ich doch. Schon der zweite falsch. Es kommen nur noch fünf Fragen, eventuell. In welcher Jahreszeit fühle ich mich am wohlsten? Im Sommer. Juhu. Really, Nigga? Woran entkennt man, dass ich hungrig bin? Mit deinem Hagenknurz. Ja, wie bin ich dann drauf? Ähm, gestresst? Genau. Welche Einschlagposition finde ich am bequemigsten oder wie schlafe ich am billigsten? Auf'n Bauch. Juhu. Scheiße, du musst irgendwas falsch machen, wenn du da was essen musst. Jetzt kommt die letzte Frage. Du hast jetzt zwei Stück falsch gemacht. Boah, Scheiße. Warte. Oh, der Scheiße. Okay. Warte. Nächste Frage. Jetzt. Welche Farbe in Klamotten meine ich steht mir nicht? Steht dir nicht? Genau. Was mag ich nicht? Wo sag ich immer, nee, da steht mir gar nicht. Schwarze Farbe. Steht dir nicht? Ja, das hab ich nicht gesagt. Wie? Welche Farbe? Ich hab gesagt, wie mir nicht steht. Die dir nicht steht. Rot. Rot. Rot? Du hast immer gesagt, schwarz. Nee, 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 nee. Du musst jetzt leider Tavasko essen. Du hast genau drei Stück falsch gemacht. Also machen wir lieber nicht weiter, weil du würdest ja immer mehr falsch machen und dann isst du noch mehr Teelöffel. Teelöffel? Teelöffel. Teelöffel. Teelöffel? Teelöffel. Teelöffel. Tem. Oh, Freund, ich hab verloren. Jetzt muss ich hier Tabasco publicity essen. Oh, nein. Boah, ich fühl mich so schlecht krank. Alter. Vorne, wir haben hier frischen Tabasco. Sprischer Tabasco, also kein Fake. Das werde ich jetzt wirklich jetzt essen. ich werde es jetzt auch nicht schneiden die stelle werde ich jetzt nicht ausschneiden wie viele muss ich dann erst so viel okay freunde dann starten wir mal mit dem das problem ist ich bekomme ich habe halsschmerzen wird das noch mal ein bisschen ja also ich wusste echt nicht viel über dich du wirst eigentlich immer alles manche waren uns einfach als zweites geworden boah das ist scharf so ecklisch und trocklisch hauptsache da ist facebook so von ich hoffe das video hat euch gefallen wenn ihr noch weitere videos sehen wollt von mir und meiner reizenden v dann würde ich mich freuen wenn ihr meinen kanal abonniert und mir ein kommentar da lässt ich bin im moment noch ein bisschen krank ich hoffe es geht mir bald wieder besser ich hoffe ich bin bald wieder gesund und dann kann ich wieder aktiver ein bisschen ein paar videos drehen für euch ja ich danke euch fürs einschauen bis dann tschüss 完 tschüss tschüss